Am 11. September 1804 hat Kaiser Napoleon Jülich besucht. Das war natürlich für die Stadt ein Riesenereignis, heute würde man Event sagen. Und aus diesem Anlass ist extra ein Schlüssel produziert worden, den man symbolisch Napoleon überreicht hat. Dieser Schlüssel zeigt auf der einen Seite, auf dem Schlüsselbart, die Inschrift Ville de Julier, also Jülich, und auf der anderen Seite Napoleon Prosperité, also im Sinne von Napoleon Sorge dafür, dass unsere Stadt wächst und gedeiht. Man hatte sehr viel vorbereitet für den Kaiser, tatsächlich ging es aber Napoleon vor allen Dingen darum, die Festungsanlagen zu inspizieren. Und so waren die Jülicher sehr enttäuscht, dass er am Brückenkopf zwar empfangen werden konnte, dann aber sich im Grunde genommen nur die Festungsanlagen angeschaut hat und zuletzt im Kesselschen Haus, das ist etwa heute da, wo die Buchhandlung Thalia ist, übernachtet hat. Dieser Schlüssel war schon vor dem Zweiten Weltkrieg Bestandteil der Sammlung des Museums Zittadelli Jülich, beziehungsweise damals des Heimatmuseums Jülich. Und als am 23. Februar 1945 die amerikanischen Truppen Jülich eingenommen, respektive vom Nationalsozialismus befreit haben, hat man dem einen der Kommandanten den Schlüssel symbolisch nochmal überreicht. Und er hat ihn auch als Trophäe mit nach Amerika genommen und erst 1965 wieder an die Stadt Jülich zurückgegeben. Untertitelung des ZDF für funk, 2017